Ich kann dir ja sagen, was er ist. Boah, sauber. Squad an dir nichts, weil der ist instant down. Guck dir da... Da kommt noch ein... Oh, der hat mich. Oh, ich hab grad so voll einen auf 007 gemacht. Noch mal probieren, wa? Oder wollen wir jetzt wieder mit Außenansicht? Nee, wieder mit Innenansicht. Ich mag das irgendwie. Ich find das gut. Oder willst du das eigentlich auch holen? Hallo. So. Warte, Maggie, ich glaube, ich hab noch einen Scope, den haut mir. Wir sind wieder zu weit auseinander. Wo genau ist der? Der ist in dem Haus, wo ich drin bin. Oh, ich bin ausgenommen, ich bin ausgenommen. Im Haus von hinten, im Haus von hinten. Gegenüber. Aber das rote. An dem Haus, wo wir beide waren. Ja. Der hat hit. Dann außen rum. Eiko. Eiko, komm hoch. Eiko, nicht im Fenster. Guck dich, guck dich. Kommt ein Auto. Versuch dir grad wieder zu überlegen. Er ist hinter diesem Häuserblock. Ich hab nur eine Pistole, ey. Da kommt ein Motorrad. Geht. Ich hab nur eine Pistole. Ich bin im Haus gegenüber. Ich bin im Haus gegenüber von denen. Ja. Auf dem Dach, auf dem Dach ist einer Keiner auf dem Dach Keiner auf dem Dach Es ist kein auf dem Dach, wie kommst du darauf? Da kann man auf dem Dach Weiß ich, jetzt sind beide, jetzt sind alle drei hinten draußen Der durft jetzt schon wieder richtig Uff Einer hat sich, T.J. ist auch gleich wieder tot Ich weiß was, jetzt ist er sich erst nach Bürgerns Heiko, 100 April, sie am Start Hat der Zaun jetzt erst auf meine Schüsse abgehalten? Ja Heiko, achte auf deine Munition Da war mir aufgefallen Ohohoho, TZ9 Ich bin klein und hektig Ich brauche den Muni Der kommt hoch Für mich? Ich mein T.J. Ja Oder er kommt gleich eine Granate Kann auch sein Ich bin klein und hektig 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 Du siehst die nicht. Oh ne Leute, TJ hat sogar noch 4SS. Ja. Und die hat einen harten Drop. Und die kann ich nicht zeroen. Dann. Geh mal ein bisschen weiter. Alter, erschreck mich nicht. Oh, danke. Geh mal ein bisschen weiter in den Schatten rein, dann sehen sie uns schlechter. Rechts von uns, Auto. Rechts von uns, Auto. Ne, Teddy, Leute, rechts von euch. Da, wo TJ gerade angeguckt hat. Weiter links. Einer down. Oben links von euch. Okay, revive Helco, revive Helco. Gleich. Granate. Nein, nein, es ist Rauch, Rauch, Rauch. Ach. Gerade. Weiter zurück. Noch mehr. Ja. Ohr, okay. Jetzt lass mal wieder außen ansitzen. So, Leute. Kann beide gehen? Ja, läuft mehr der. Weide. Was, was, was? Warte, ich würde nie. Warte, ich würde nie. und da ist ein Maggie drauf ein Maggie auf dem Fahrrad diese Hälfte, die man auch ey, du hast gerade gesagt auf dem Weg das ist mir egal, du sag gerne mal also ich auf dem Weg hier sind die Türen auf dem Maggie da waren wir gerade Luhn, du hättest nein, da waren wir nicht, da waren wir oder? ja doch, da waren wir halt ihr beide Ding, ey heiße ja, tut mir leid, es ist die Kamerung ist so auf dem Schrauch stehen ist ja alles so gleich aus Jamming, jamming, jamming alter Schwede, na nee, da waren wir nicht, da waren wir nicht oh doch, warmer ey, ey auf dem Fahrrad wieso hält die niemand auf? lol was ist das hier alter? na, nach jedem Wort, was er sagt, muss er erst mal lachen m m adhs aids das ist eigentlich gut ein Megi auf dem Fahrrad wieso hält die niemand auf das ist ein drinnen ein Megi zwei Megis drei Megis wie bist du jetzt der Zahlenteufel ein Megi zwei Megis war das mit drei Megis mhm hier ist fünf fünf sechster hier ja hör auf zu geiern meine Fresse teilt es unter euch aus top wir sind halt immer noch in der Zwarte hallo schließt ihr mich ein so Megi wo gehen wir jetzt hin Megi Schüsse TJ ganz ruhig Schüsse 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 geh weg was soll der Partie wer darf mich einzusperren auch zu schießen Leute ja das sperrt mich nicht ein Eegi setzt auf den Schlauch darum sieht er nicht gut aus schütteln find's geil wie wir immer bis 50 kommen oder fast immer und niemanden treffen bis dahin ja und dann sterben wir sofort bei mir das ist ein Schlauch ich denke den müssen wir ja wieder alt mitbringen was zu Jessys Geburtstag ja müssen wir wohl ne muss ich das wieder aus meiner eigenen Tasche bezahlen ja klar musst du das bismar die können Spieler sein oder nee das ist kein Auto oh lecker jaa jo Mensch ich hab hier ein schlechtes bei mir ist die grafik wie das ein anderes Arcos geh dich einfach erhängen nee ich kann das nie unterscheiden und Entfernung ich kann das auch nicht entscheiden das sind Autos halt Autos und bei diesen Autos halt Autos? das will ich ja gar nicht ja also das ist egal ob Schrottkahn oder neue Autos die sehen bei mir alle gleich aus hier liegt übrigens noch ne ach so ne Schrumpelte ich will ne Waffe mann ich hab hier nur kack ump ja da hinten lag doch ne M4 mann ja wo da hinten ist echt ne doofe Angabe da da wo Heiko war und ich da lag wirklich ne M4 ja wo? oh das hat er doch sogar gesagt ja zeig, 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 zeig mal uh hier liegt ein Quaspo will wahrscheinlich keiner oder? könntest du es mir mal vielleicht mal zeigen? halt dann kannst du die zwei zweifach sogar wegwerfen ja ich zeig dir, heiko, heiko, ne ich gar nicht da ja da liegt das sogar mit Munition 556er tja, war schön mit dir Schrottkahn Schrottkahn Nagi, können wir weiter? ja boom, Nagi, go ich hab Stammel schönes Ding hey Zwäger, hey Zwäger, hey Zwäger, hey Zwäger, ho hey Zwäger, hey Zwäger, go, go, go so jetzt wir haben keine Zeit für deine faulen Standbildausreden stell dir vor so bei nem ESL-Game oder so Standbild, ja wartet, 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 Leute wartet, Leute, Timeout, Standbild ja, Leute, ihr habt ihr gut, ihr findet alle Rucksäcke und ich find nur Waffen Alter, die Brille ist mal grottig aus oh shit, Leute ich hätte jetzt schon längst duschen gehen müssen oh shit warum sagt er ja, du, wie wisst du nicht, wann du duschen musst Alter, wenn du immer bei mir bist, ne und das hier siehst, wie ich mit meinem PC warte, ich hier zurecht spielen muss, ne denn oh Leute, 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 Hilfe, Hilfe, Hilfe bei mir im Haus, bei mir im Haus, bei mir im Haus Speerfeuer Fenster Kann mir mir eine, weil wo? Alter Warum hast du die Granate nicht reingeschmissen? Ich will mal kurz weg Untertitelung des ZDF, 2020